Ich freue mich, dass heute in unserem Bezirk die Messe SEI DUAL stattfindet. Ich freue mich sehr, dass solche Angebote wieder stattfinden können, auch in Präsenz. Nach zwei Jahren Pandemie gibt es da einiges nachzuholen. Ich finde, es ist ein gelungenes Format, mit vielen Betrieben motivierte, engagierte Kolleginnen und Kollegen weiter so. Das Thema Berufsorientierung spielt eine super große Rolle und darum ist es richtig toll hier, die ganzen Stände zu sehen, die Unternehmen, die sich vorstellen, aber auch die Schülerinnen und Schüler, die sich dann entweder für ein Praktikum oder für eine Ausbildung interessieren. Ich fand das heute ein großartiger Tag zu sehen, wie die Schülerinnen und Schüler wirklich begeistert hier an den Tischen sind. Ich glaube, das ist eine ganz tolle Aktion und ein tolles Projekt und ich wünsche allen viel Erfolg. Und ich glaube, das ist gut für Berlin, das ist gut für die Schülerinnen und Schüler, das ist gut für Unternehmen, das ist gut für die Stadt. Bis zum nächsten Mal.